Ja, und? Hast du gewonnen? Ja, ich habe verloren. Du musst einfach nur mit dem Ball so hart werfen, dass die Bahn kaputt geht. Achso, sind wir jetzt hoch, oder? Der Sitz? Das macht nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber jetzt hört sich das nach irgendwie Melodie an, nach einer Idee. Ich suche Melodie. Ja, aber es hört sich, wie gesagt, wie ich mir das ganze chaotisch an. Es hört sich langsam nicht, das ist echt Struktur. Echt, jetzt hörst du mal auf, ja. Ja. Ah, schade. Ich kann nicht reden. Das muss ja kein Klavier sein, aber ein Keyboard oder so, ein großes. Ich werde wieder im Schlauch spielen. Ja, oder so. Ich habe auch eine CD, da hast du eigentlich genauso Musik, dann ist noch eine Klarnette dabei und Vogelgezwitscher hinten rein. Und das ist dann halt auch so ein entspannendes CD mit Naturgeräuschen. Und das hört sich halt echt an, wie jetzt, ob da einfach zwei mitten im Wald stehen und eben Klavier und Klarinette spielen und die Vögel werden besser zwitschern. Toll. Das ist halt so. Das ist halt so. Äh, da hast du eigentlich schlecht, dann hast du auch nur schöne Freunde. Haha, das ist klasse. Das ist ein interessantes … … Das ist ein interessanter … … Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.